Die haben noch mehr. 15 Watt. 15 Schicken in der Hand. Oh, jetzt check mit Nuggets. Oh, jetzt check mit Nuggets. Jetzt ist mein Dooney. Oh, Dooney. Wie geht's auch weiter? Hey. Hey. Watt geht auch hier. Oh, oh. Oh, oh. So, erstmal schön lernen mit der M4 zu schießen. Das hier konnte er doch anzeigen, oder? Natürlich. Da hat er wieder. Hat Namen geändert in Janni. Kann sogar bei TTT einstellen, wie oft man seinen Namen ändern darf. Jetzt ist die Frage, sieht man das hier auch noch? Aber das sieht nicht so geil aus. Ja, sieht man. Ja, das sieht man auch. Aber das möchte ich glaube ich nicht. Äh, äh, äh. Ist klar, Alter. Was kann man denn noch nehmen? Kann man denn noch nehmen? Äh. Ne, das sieht ganz cool aus. Ach, fuck. Ja, so ist gut. Wie tust du das? Zauberei. Natürlich. Hat nämlich gekriegt, dass ich mein Bild kenne. Ne. Wichser stimmt in dem Fall tatsächlich. Cool, boah. Heißt du jetzt Löw? Was? Wie gehst du jetzt dein Name? So, ha? Ich leide die Haufnahme und bin direkt rot. Herzlich willkommen. Moin. Und Janni ist auch dabei. Ich hab Chicknuggets als Profilbild. Hallo. Ach, na. So, äh, ja. Wir spielen... Counter-Strike Global Offensive. So, let's go. Ich geh solo B. Alle gehen A. Ich kenn die fucking Menschen. Wie immer. Ich kenn die Map auch noch. Das ist das einzige, was ich kenne. Und sie werden auch A sein oder auf B ist keiner. Ja, da hin. Doch, A war einer. Ja, da. Das gibt's nicht. Ja, ähm. Ach Gott. Afka. Schön. Schön besser. Wir sind alle tot gewesen, ja. Ja, aber wie schnell? Also ich bin gestorben, da waren alle tot. Jo. Exakt. Ich geh dann... Oh, ne, ich war B. Oder? Ne, hä? Wat? Doch, ja, ich war B. Ihr wart da. Dann gehen wir A. Ja, ich geh jetzt auch mit A. Der Mensch 4000 Flüsse schlingelt sich voran. Nö, 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 nö. Vielleicht nicht ganz so doll mit der Shotgun hier, aber... Was soll's? Oh, oh. Hier ist keiner. Wow. Was soll das hin? Zwei oben in den Gang drin. Der eine und 50. Ja, da ist auch einer. Das ist ein Team LKW. Ne, das bist du gar nicht. Gravi mit seinem Auto schrot. Für mich stark. Wow. Sauberer Headshot. Kopfschmerzen. Oh, Alter, Mann. Was ist die Bombe? Was macht der? Ach, nee. Er ist zu retarded. Schon wieder. Oh, no, zu retarded. Oh. Da war einer im Gang, ne? Ja, ja, ich hab aber nur mit der Shotgun. Nur mit der Schrot kannst du auch auf Distanz schießen, ne? Siehste? Oh, ey. Geht doch easy. Ja, aber... Viel Schuss, ey. Und noch mal ein, weil so schlimm war. Hoffen wir mal sicher gehen. Ja. Ah. Ich mach' den Garage lieber. Da wusste ich, was abging. Was für'n Schieber? B, A, A, B, A. A, 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 B, A. A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. A, B, A, B, A, B. Hier komm' ich doch schon wieder nach A. Aller Wege führen nach A. Warum geht ihr denn A? What the fuck geht da ab? Ist doch nicht... Ich war, alter... Ich bin dreimal ins Gesicht geschossen. What? Wollen wir da? Ja. Nice. heißt man geht aber schnell doch vor ich bin warte erstmal erst mal hart scheiß klar und die führung zu gekämpft wer fährt weder und grau wir fähren sie zum sieg wieder bei a gelandet was machen sie dann gibt es keine fenster auf nein mister geschossen bitte bitte ja die bombe ist hier Das ist immer gut. Hilfe kommt, Leute. Nice. Ja, nee. Dein Name. Nein, ich will die nicht. Ah, verdammt. Komm, wir versuchen es nochmal. Hat Karatsu gut geklappt. Ah, nein, ich habe mir jetzt eine 2s gekauft. Scheiße. Ich wollte einen Diffuser kaufen. Ja, super. Das ist ein One-Shot-Wonder. Ja, super. Dazu musst du aber direkt vor dem Gegner stehen. Damit es was taugt. Das ist ja eine eigene Erfahrung. Jetzt hat die Runde eben auch angefangen. Im 3-1 gefühlte ich hatte so viel Geld. Und dann kam die Wände. Unser Leid. Ich bin froh. Nee. 42. Ich bin froh. Oh, ich bin froh. Das ist kein Shotgun. Der ist doch irgendwie schlauer. Dann... Bombed down and a day. Einer spawnen bei denen. Ich geh runter. Da unten ist er. Der ist bei A. Der ist aber angemacht, oder? Ganz ehrlich? Der hab ich in seine... Der hat sich die Bombe gezockt. Der ist wahrscheinlich auf dem Weg zu B. Rotes Telefon. Ganz wichtig. Mach RGB an. Schau B. Sie haben vielleicht eine Bombe gezockt. Das ist bei B. Schade, ne? Das ist... Das ist irgendwie laut. Du musst auf jeden Fall da runter. Auf was schießt der? Hört man mich eigentlich in-game, wenn ich rede? Ja. Okay. Oh, nice. Wir sind bei B. Wir sind bei B. Also der. B. Überraschung. Rush B. Die haben beide fucking A. Müssen wir mal wetten, dass wir die Runde los. Kann sein. Aber gezielt ins Bart gehen. Aber wie... Du guckst genau weg von B. Ich schau doch keine Ahnung. Da. Da ist ein großer roter Pfeil. Weißt du, wer das kommt? Ja. Genau da. Was kommt da her? Noll. Sweet, Bruder. Geh zurück. Geh zurück. Geh die Orb. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Wie er kurz überlegt hat, bin jetzt trotzdem gestürmt. No. So wisset ey. Das kommt daher, dass wir in Duo-Modus immer nur zur A gehen konnten. Gar nicht. Ja B war abgesperrt. Ah Gott. Das war richtig kacke war das. Deswegen... Tore ich mich jetzt voll auf B aus. B ist basht. B steht für... Geh jetzt auf B. Busenbomber de bomb. B steht für Brexit. Boah das war ne Handgranate. Aus der Hölle. Aus der Hölle. Daher kommt das Bööse! Bööööööööööööööööööööööööööööööööö Reihele Äh, einer ist dahinten Alter, geh doch aus dem Weg, Bebenze, Alter. Ja, kannst du da durch. Da sind aber noch zwei. Der eine ist einfach Jabberdard. Das setzt mich eigentlich minimal unter Druck. Mach den, der. Ach fuck, du miese Hure, fick dich. Ich finde das toll mit dem Typchen. Danke. Ich finde es auch schön mit euch. Man darf echt nicht von mir laufen. Ich habe manchmal so richtig Bock, rechts zu drücken und einen zu bessern. Okay, der hatte, der hat an. Da hat mich gerade einer von, weiß nicht, A lang getötet. Hör ich doch. Hör ich doch. Oh ja, da ist noch einer. Hast du dich echt in 6er Chick-McNuggets umbenannt? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht, dachte, wer wäre. Das ist eine Idee. 6er Chick-McNuggets. Das ist mein, mein, meine alternative Persönlichkeit. Machen wir jetzt auch. Dürer im Döner und. So wie Bruce Wayne und Batman bin es halt ich und 6er Chick-McNuggets. Ja, ich glaube, da hat einer eine Aabe. Aua, am Messer hast du mir noch einmal in den Kopf. Boah, was mache ich denn da? Chapa, ey. Yo. Bomba ist down hier. Los, Degsel. Go, Degsel. Oh, der ist ja unter der Ecke. Weggefressen, Bruder. Bruder. Was überlegt der? Der kommt von hinten. Aha. Ja, guck nicht die Wand an. Stell dich in die Ecke. Mann. Hat die in Skopen gehört sogar. Ja. Scheiße, jetzt. Manche haben nicht mehr. Schuss nicht gehört. Ich bin jetzt ja mit dessert. Shibo. Kommt jetzt das mit dem Shibo. Ach, hast du jetzt auch Echo-Runde? Ja. Ich habe doch 4.500. Ich hätte euch leben können. Gut, hättest du mal vorher gesagt, ne? Aber... Ja, ich habe jetzt 950. Ja, ich habe das mit dem Shibo-Runde. Ich gebe das 1 an. Wann ist das A oder? Ah. Oder, oder? Ah, hinter den Zügen. Incoming. Nördlich der Züge sind sie. Ja, ich hole mir auch gleich ne P90. Das war aber der übel zu random Headshot. Das ist egal, Hauptsache Headshot. Und der letzte Kugel, die ist so über 3 Ecken in seinem Kopf eigentlich dahinten. Und durch. Und rechts. Alter, Besentier hat der 6er-Chick-McNights, Mann, Junge. Nimm doch nicht die Pumpe. Was? Dollar? Was? Warum nimmst du die Pumpe? Ich habe die Pumpe nicht. Ne, Gravia hat die Pumpe genommen. Ich habe keine bewegende Pumpe. Es geht so. Wie legt die Pumpe wieder hin? What the fuck? Der hat einfach so eine AK als Profilbild. Hinten im Bart. Er mordet ihn. Na klar gibt er mir Insta in den Headshot mit seiner 250. So eine miese Fotze. Ah, natürlich. Oh Gott, da in der Lebläu ist. Nugget hinten. Nugget hinten. Nugget kriegst du gleich von hinten. Nugget hinten. Nennig ist neue Spitzname, Nugget. Nein, Nugget hinten. So heiße ich im Pumpe. Spitzname im Swinger-Club. So heiße ich im Pumpe. Genau, Nugget hinten ist dein Noten-Name. Fire in the hole. Ja, genau. Fire in the hole. Nugget hinten hat Fire in the hole. Oh, Nugget hinten ist tot. Einer oben im Bart. 50 Leben noch. Erstmal mit der P90 rushen. Ach, gibt's doch nicht. Wie du weggeguckt hast. Wie du es dir nicht eingucken wolltest. Boah, ich hab ja immer weniger Geld. Ja. Ich kann dir was legen. Nee, ich hab jetzt ne Diegel. Ich drück jetzt die Diegel-Clicks der Hölle raus. Oh, danke. Mach ich das. Ja, geht auch nicht. Plan geendet. Schlimm ist, die warten jetzt da oben auf mich, weil sie wissen, ich bin der Nugget, Mann. Und der Nugget, Mann, der Nugget, Mann, der Nugget, Mann. Oh, das war aber hier unten. Na klar. Ja, blöder Wichser. Geh dich erschießen. Oh yeah, 228. Das ist doch nicht wahr, Alter. Wir sterben denn nun alle so schnell? Warum tötet denn nicht mal einer irgendwie in einen? Weil wir sterben. Ich habe keine Geld. Fragen über Fragen. Ich brauche auch kein Geld, ja. Jetzt hab ich nur noch 4000. Jetzt musst du schon haushalten. Ich hab... Müssen wir wieder ne Runde gewinnen. Ist das ein T oder eine CT-Man? Ich hab keine Ahnung. Ich hab diese Map bisher, glaub ich, zweimal gespielt. Ich würde ja sagen T, wa? Vielleicht sagen wir auch einfach immer. Ja. Uh, 6-6. So schlecht steht's gar nicht. Noch ne 6 und hätten Problem. Zwei oben, das seh ich doch schon. Oh, hier oben brennt's. Das ist aber gefährlich. Loin. Das ist Feuer im Haus. Ach, der wurde von seinem T-Man-Feuer schon angeschossen. Alter, wer hat mich denn da so... Gravi. Ich muss mir aber auch... Nein, ey. Okay, hier ist die Bombe weg. Ja, die sind unten hier. Boah. Ja, der Jabber ist unten. Jabber ist so ne kleine Russen-Fotze. Russen-Fotze. Kleine Russen-Fotze. Nugget. Ey, ich wurde gezeust. Hat die Nugget mal gezeust? Ja, die sind unten. Gabi. Da. Die Bombe ist oben. Nee, da. Da. Genau da. Nein, da. Gabi. Ja, genau. Nein, da. Links, links, links. Da, ja. Nein, der ist... Das ist einer nicht. Da? Nein. Nein. Was? Dann hat er da. Du hiebst keine Werbung? Ja, ja, ja. Ja. Da, Bombeck. Mann, ey. Ey, ich kann mir wenigstens mal wieder ne MB kaufen. Ich bin die Duel. So, als... So, darauf wieder die P90 und Rushden. Ich geh jetzt mal A, weil ihr damit rechnet Niemann Der Nugget-Mann ist ein typischer B-Spieler So fucking CSGO Pro Player heißt einfach Nugget-Mann Ist bestimmt noch von Electrons gesponsert Wow, ich hab grad ne A umgelegt Oh, ich hab den Zeus Ich glaub ich hab grad die Bomben gekillt Nein, ich bin dumm Trotzdem geklappt Braucht jemand ne Awe? Ja, hab ich Hast du? Ja Ich hab gefragt, ob du brauchst Ich hab eine Das ist schön für dich So, ich geh nochmal A, das war gut Ich find das für uns überständlich Weil du kommst auch nur zu B, wenn du über A gehst, oder? Nee Nee Aber A ist doch VB Hier ist ne Smoke Grenade out Da ist einer Falls ihn jemand töten will Ah, ich zum Beispiel Das ist noch einer Nein, bitte Oh fuck Da ist noch einer drin Acht Leben Ja, Wichser ist bei A Und das nur irgendwo eine läuft einer mit Acht Leben Ja Ja Du kannst auch durch die Wand zurück schießen, ne? Nice Rechts 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 Kommt da Boah So im Augenwinkel hochkrabbeln Ja Ich hab ihn nur noch gehört über den Acht Leben, wenn er den jetzt nicht holt, ne? Es war in diesem Moment, wo er wusste, dass er sich verletzt hat Oh WTF? Hä? Hä? Was war das denn? Pause Ring Oh, da kommt er Da Sehr gut Ich hab ihn schon sterben sehen Ja Oh, Halbzeit Wir sind positiv zur Halbzeit, das möchte ich gewähnt haben Mit Abstand Nugget Mann und Gravi Das ganze hier aber ganz schön carry Haltet die Schnauze Ich hab jetzt die Bombe Wir sind diese coolen Typen Okay, jetzt Ich nehm ne Jagel Äh, ich hab keine Ahnung, wo es lang geht, ne? Ähm Ich würd mal sagen, wir gehen B Die waren nicht die ganze Zeit, aber wir gehen jetzt mal B Ja, dann gehen wir hier oben lang Dann gehen wir mal B Dann gehen wir mal B jetzt Ja, drei von uns gehen B irgendwie Du, dann können wir auch mal B gehen, du B scheint safe zu sein, weil die selber nicht wissen, dass B existiert Ja, okay Da kommen sie Ja, naja klar Ach komm ey Ich hasse leider, ey TTT nerven die schon Da ist noch einer Ein auf B Ein auf B noch Zwei auf B noch Ich hab zwei HP Aber die explodiert doch, oder? Ja Ja Nö Was? Mir wurde hier die ganze Zeit ein Gegner angezeigt auf der Map, ne? Nein, lass mich dann gehen Ja, super Mal gucken nü Äh Mal gucken Ja A A B A B A B.. B Warte mal, B ist ja hier lang. Genau. Da ist man maximal verwirrt. Warte, hier geht es ja nicht lang. Alter, wie viele? Da sind zwei nämlich. Wie viele da sind? Zwei. Jetzt geht die Bombe. Ach so, FB. Jetzt lass die nicht wieder unterm Arsch weg, die Fusen. Da sitzt dann nämlich schon. Mann. Da, der die Fuss, der die Fuss. Oh, ja. ja ich bin auch dort hast du gut gemacht ja ich weiß was für sie ja schön 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 wie gut hat also ich glaube wie es mein Ding ist jetzt aber A jetzt mal raus also A jetzt oder was A ich hab die Bombe nicht ich hab die Bombe da gehen wir A dann gehen wir A Chica hat 6 Bomben Chica hat 6 Bomben 6er Bomben ja ist mit die Wirben Jagam and Jensen oder was A wir sind auch A ja schön was immer das hier gerade angezogen ist ich bin sehr stolz auf dich weil jetzt können wir hier nicht durch ich hab gleich was in die Sache an ein Wichser hat 29 Schaden welcher Wichser oh Alter nein Leute wir sind A in die Richtung unseren Spawn A hast du ich hab hier die Bombe aaaaaaah tötet ihn tötet ihn aah pass auf schweb ne Nate Kavi einer ist rum einer ist rum einer ist rum der wartet da jetzt der wartet der wartet oh Idiot kleiner Tipp die Kalaschenkopf zieht nach oben weg also nach unten mit der Maus zielen das ist unter Kontrolle da was passiert da ich höre nur den Schuss aber ich sehe keinen sterben der greift versucht durch äh äh blöder wow wow schöner Schuss wow schöner Schuss die Anna L was ist das Anna L Anna L ich kenne Anne Frank da ist doch einer ich kenne Annegret Kram Knarrenbauer 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 ganz groß in der Waffe ja Alter er kommt da runter gesprungen wie fucking Spiderman das ist unglaublich hat der mir Wichser hat 63 Schaden der hat mir zwei Headshots mit seiner Silence Pistol gegeben nice oh Alter zwei noch die sind da aber auch irgendwo links ich höre ihn nachher der sitzt links drin mit der Aave au ja jetzt push ihn doch das ist mit Alter Mann hol dir die Bombe wo ist sie denn oh jetzt beide mit Aave ist schwierig das wird nichts da sie wird ja auf der Karte angezeigt links links da ist ich oder ich guck so selten auf die Karte ey da solltest du vielleicht mal ändern du hättest den No Scope weg machen können du hättest den No Scope weg machen können Alter was passiert hier Leute das ist nicht euer Ernst Gott ey vor headshot los viel gut viel gut er kriegt einen Vogel in diesem Team sehr lange in die Augen geschaut hat da wallMon woran gehen wir�� jetzt zum Sieg was ich uns kurz zu und gucke Hier we go Die sind über die Züge von A gekommen Das gibt's doch nicht Ich stand direkt vor ihm Bye Wann umluckelt man den Augen da bitte? Keine Ahnung Und der wurde erschossen Wir sind beim defusen Hey Ich bin einmal in den Grafikeinstellung Super jetzt hab ich die Bombe A, B, A A gefällt mir irgendwie besser Ja wir gehen A B ist immer so verlassen Ich weiß gar nicht warum Ist halt irgendwo im Arsch der Welt liegt Kann nur das da keiner hinkommt Das kann nicht wahr sein Der A Nice Der andere hat noch 40 Leben Nice Und das ist Mir ist gar nicht der letzte Zwei Das ist ein Maid Oh man Kavi Hier bei mir Da bei ihm Links um die Ecke Nach unten Nach unten Danke Da ist die Bombe Ach ja Und da steht er da hinten Ey Okay Oh man kann Q drücken Dann sieht man die Map ganz groß Hm Ich glaub du kannst jede Tasse drücken um die Map zu sehen Kannst doch Alte F4 Was macht das? Ah scheiße jetzt hab ich in meinen Popschutz gespuckt Alte F4 Alte F4 Das ist übel schwitzig Kein Wunder dass ich nicht aiden kann Mit Alte F4 kommt man gar nicht aus CS raus Du brauchst die Stimme ab ne Ja Jetzt geht aus dem Weg ihr fetten Kinner Rutsch du mal so ab beim Wichser wenn du so spitzige Hände hast Von hinten Ja aber wir kommen von vorne Ich geb's denen von hinten Na er geht hinten Na er geht Ich hab nen Wichser umgelegt Oh lol Ich wurde gerade fast umgelegt Wo sind die? Alter Ja Schießt du bei mir voll die Munni hier? Was passiert denn hier? Was ist denn denn da? Ohne Da Komm 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 Wuscheln Wenigstens einmal tue ich was Positives Na komm mal Oh ich will die Affe noch haben Der fällt die Splittergranate haben Ah wie Ah Watt wo gehen wir hin? Ah Okay Ah Okay Ah Okay Drei Runden das werden wir jetzt doch wohl hinkriegen Und vorher nicht alle wie so nen Kent Hier ja Der steht leider mit wann nicht verlieren Da steht schon einer What the fuck Da ist einer Schieß Kameraden Fuck Das wär jetzt etwas blöd Läuft. Oh shit, ich krieg ja Schaden. Nimm ja. Scheiße. Was macht ihr denn? Ich hab mich selbst gekillt. Wo ist denn denn? Da ist der Planting Spot, genau. Plante, plante, plante. Ich will gleich nicht hier planen? Ja. Oh, scheiße. Oh, ich bin so dumm. Ich würd sagen, die lass mir liegen, oder? Ja. Scheiße, jetzt hab ich die aufgenommen. Ich wollt die haben. Du wolltest die haben? Ja. Jetzt hab ich sie trotzdem nicht. Irgendjemand hat die jetzt. Gelb hat die. Ah, Graviati. Läuft. Anderer Seite. Ganz hinten durch. Das steht da. Schießt doch. Ja. Hab mal gesehen. Der ist ganz hinten. Was soll mein Handy jetzt von mir? Jode. Der ist weg. Nimm mal die da. Ja, wie viel ist das? Oh, scheiße. Scheiße, wie ein schlechter Fuß end. So, ich werd mir auch diesmal keine Molly kaufen. Kannst du nicht rendern, ne? Genau. Ey, ich bin so langsam. Was ist denn das meiste Geld, was man in CSGO haben kann? Gibt doch bestimmt ein YouTube-Video drüber. Glaub 10 oder 11.000. Ich hab 16.000. Oh. Ja. Cool, das war's. Ja, natürlich. Ich glaub, der hat's Gravi gerade voll in Schaft. Ah, Mann. 86 Damage und der andere hat's nicht geschafft, ihn anzuschießen. Ja. Äh, hier haben Jum- Äh, wie heißt der? Der Dicke. Mann. Jango. Nein. Jabber. 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 Jango. Jango. Ich hab ne Toys aufgehoben. Das D ist dumm. Das D ist dumm? Ja. So, wollen wir jetzt noch einmal B gehen? Komm, wir gehen einmal B. Volle Verwirrung. Und only Toys. Ja, das... Ich hab sogar ne Toys. Ich hab sogar ne Toys. Ich auch. Also der Final King muss mit der Toys passieren, sonst ist es nicht... Dann geb ich ihn blind. Du Spaß. Die Challenge ist genug. Ihr könnt doch runterspringen, ey. Ich hab jetzt erstmal unsere Bombenwagen gezündet. Sollen sie doch dorthin gehen und versuchen die zu defusen. Hier kommt zwei. Da kommt zwei. Nice. Nein. Das ist der letzte, glaub ich. Mach... 360 No-Scope. Ja, 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 ja. Hat mich übrigens reutiliert. Nein. Jabber kam mit nem Messer zu ner Schießerei. Oh, nice. Die zweite von zehn Runden. Die zweite von zehn Runden. Die zweite von zehn Runden, Alter. Ich bin auch ne geile Fix angewiesen, ja. Unglaublich. Oh, ich hab mich nochmal auf dem Platz vorgekämpft. G-G-G-G-G, was ist mein erste Gain? Ey, Waffenkiste Gefahrenzone. Woah. Wieso hat mir nichts bedroppt? Waffenkiste Gefahrenzone, Warenzone durch Spektrum. Toll. Schön. Kann ich jede Runde so laufen? Ja, ne. Leider nicht. W-Wisst ihr warum das war? Wegen dem Chicken Nugget Team? Ja. Das hat ungeahnte Kräfte in mir freigesetzt. Wir sollten uns alle wie McDonalds... Gravidus Big Mac. Ja, genau. Und hier Kartöffel ist die... diese Potato Ranch oder sowas. Oder das Eis. Was für ein Eis. McFlurry. Wieso bin ich McFlurry? Ich bin eine Kartoffel. Ich bin eine Kartoffel. Wieso eigentlich doch? Du bist einfach Pommes. Pommes. Ich bin Döner. Aber Pommes so mit 0 und 3. Das ist auch ein richtiger Game-Attack ist. Ich bin Pommes mit 4-3. Und ich bin der neue P4-3. Ich bin Pommes mit 4-3. Ich bin zutzt. Ich bin der neue Gegenstand. Ich bin der neue Gegenstand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017